Hallöchen, wir spielen auf der Linking Lane und zwar bin ich heute als Killer unterwegs. Eben hatte ich eine schöne Map und war das erste Mal als Killer unterwegs und habe direkt zwei aufgehangen und zwei entkommen lassen. Hat an sich aber super geklappt und die Daily war auch fast zu Ende. Weiß ich gerade gar nicht, wo es jetzt hier geknallt hat. Schauen wir mal nach, da war es nicht. Jetzt vermute ich allerdings, dass ich hier nur Scheiße haben werde. Weil das nämlich eben so super geklappt hat. Na, komm, komm, komm. Ja, ich hab's noch. Oh, Scheiße. Oh, dieser Baum ist aber auch ziemlich nervig, ehrlich. Mann. So, schauen wir mal, ob wir noch was finden. Er hat sich dahinter versteckt, okay. Ach nee, versteckt nicht, da geht's ja noch weiter. Haha, ich hab die Map total nicht im Blickfeld gehabt gerade. Gut, tschüss. Ich muss dich doch nur treffen, wenn du benebelt bist. Mehr brauche ich doch gar nicht. Fuck. Mann. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist in die andere Richtung. Er ist rausgesprungen, ne? Ja, er ist rausgesprungen. Okay. Ja, schade, schade. Ich muss noch mal ein paar Flaschen nachfüllen. Das ist aber auch eine der beschissensten Maps, die man haben kann, glaube ich, für den Clown. Weil, also ich hasse sie jetzt schon. Ich brauche als Killer eine Map, die offen ist. So, du hast dich jetzt entweder hier versteckt, weil ich keine Kratzspuren sehe, oder bist hier direkt... Äh, da hinten bist du hin. No, Mann, ich hab dich gesehen. Wieso hast du dich nicht geheilt, Junge? Das ist ein Fehler. Ein ganz großer Fehler. Kratschspuren. Ich versuche, den Kratzspuren zu folgen. Der hat das nur schon mal, ähm, als Hinweis für, ähm, das schwarze Vakuum war es, glaube ich. Ich versuche, den Kratzspuren zu folgen und alles besser zu machen. Er läuft nach links. Okay, oh, da ist der... Mist, da ist der Keller. Da kann ich gar nicht rum. Nein, Kratzspuren, Kratzspuren. Der ist doch hier reingelaufen. Bin ich denn doof? Oder bist du etwa hier im Schrank drin? Nee, so blöd bist du nicht, oder? Dachte ich schon. Ich höre ihn aber keuchen. Also es kann sein, dass er vielleicht im Keller ist. Ah ja, doch, da waren gerade noch Kratzspuren. Und ich hole dich mal hier weg, Junge. So geht das nicht. Da muss ich dich doch mal zur Strafe an den Haken hängen. So. Da ich kein Camper bin, weil ich diese Sorte der Spiele einfach asozial finde. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber es ist wirklich so. Werde ich jetzt mal dafür sorgen, dass der befreit werden kann. Oh, ich habe vergessen, unten den Generator anzuklicken. Aber ich erwische mich immer wieder auch dabei, dass ich Kisten sehe. Und diese Kisten eigentlich aufmachen will. Das ist viel zu weit. Wie ist das immer so weit? Ich muss dich doch nur einmal treffen. Komm, wenn du benebelt bist. Ah, scheiße, ich bin hängengebeam. Ah, fuck. Ja, die Steuerung macht mir teilweise noch etwas Probleme. Ich gebe es zu. Kratzspuren, Kratzspuren ins Haus. Ah. Ne. Die sind ja nicht so blöd und geht da rein, oder? Komm. Ich habe sie verloren. Da hinten war gerade was. Mist, ich bin am Nachladen. Wo geht es denn da rum? Die Jens rushen jetzt hier gerade so ein bisschen. Na. Ist da einer nach hinten gelaufen? Oder wieder ins Haus rein? Ah, ich habe vielleicht doch lieber zu dem neuen Jens laufen sollen. Der gemacht worden ist. War das gerade im Keller? Wenn ja, hast du ein Problem, Junge. Weil der nämlich nur einen einzigen Eingang hat. Ah, es war im Keller. Liegt der da jetzt? Ne. Ist hochgelaufen. Scheiße. Ich dachte jetzt ernsthaft, der liegt da. Okay. Ja, ich habe nicht gesehen, wie du dich versteckst. Keine Sorge. Ich will dich nur treffen für meine Daily. Bleib doch mal stehen. Oh. Er liegt immer noch nicht da. Scheiße. Ich habe... Oder? Ne. Ich hätte besser gucken sollen. Ich weiß. Ich weiß, das war mein Fehler. Äh. Der ist hochgelaufen. Aber. Ah ja. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Nicht. Doch. Du liegst da. Ich dachte gerade schon. Aber ich muss dich nach unten bringen. Und das wird jetzt problematisch werden. Ich weiß nämlich, wie schnell man fertig sein kann mit dem Wiggeln. Also ich weiß es als Killer. Ich weiß es leider nicht. Wenn ich selber wiggle, das ist das Problem. Oh, der ist schon tot. Das tut mir wirklich sehr leid. Weil das war nicht meine Absicht. Obwohl ich es mir als Killer ja eigentlich nicht leid tun darf. Das weiß ich ja. Aber es tut mir trotzdem leid. So. Da kommt doch bestimmt jetzt wieder einer ran an den Djinn. Ich will mal clever sein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so clever war. hat es nicht so clever. Ich will mal clever sein. Ich will mal clever sein. Ach, fuck. Er war zu schnell. Er war zu schnell. Er war zu schnell. Junge, komm her. Ja, dadurch wirst du langsamer, ne? und auch langsam mit deiner Reaktionszeit, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Wo sind die Gratschspuren hin? Wo sind die Gratschspuren hin? Ach da, da stehst du. Das ist mir eindeutig im Weg, ich merke schon. Okay, okay, okay. Er beschäftigt mich ein bisschen, während die anderen die Gents machen. Das merke ich auch. Ich höre ihn jammern. Ach, Mann. Ja, das ist gut, du bist benebelt. Bleib stehen, ich muss dich schlagen. Nein! Man sieht eindeutig viel mehr als Survivor. Das ist unfair. Ja, komm, wir machen die Ballett kaputt. So. Oh. Ah, Mann, jetzt bleibe ich ja noch hängen. Scheiße. Da ist er durch. Gratschspuren führen hier durch. Ah, da hinten sehe ich den anderen. Ich habe den hier zwei jetzt auch jammern hören. Aber ich werfe da mal eine Flasche hin. Ich muss mich da um die Generatoren auch ein bisschen kümmern. die halt eben nicht vollendet werden. Höre ich ihn noch jammern hier? Ich höre ihn nicht mehr jammern. Mist. Oder? Gratschspuren? Hatte ich ja... Ja, ich meine, ich hatte Gratschspuren gesehen. Aber ich bin zu langsam. Das ist gerade mein Problem. Ist der da jetzt drüber geflogen, oder was? Ja, ich gehe nochmal zum Gin. Ich kann ihn wieder schaden. Also war auf jeden Fall einer da. Ich höre hier schon mal die Flaschen nach. Ich spiele jetzt bei weitem nicht mehr so gut wie eben. Muss ich zugeben. Aber die Karte ist einfach auch kacke. Na, wische ich jetzt nochmal jemanden? Na, diesmal nicht. Ich weiß jetzt aber auch gerade nicht, wo der nächste Jen ist, der noch nicht gemacht worden ist. Das ist das Problem. Hier ist einer, aber der wurde noch nicht angerührt. Ne, so clever waren sie noch nicht. Aha, da läuft einer. Schickilein. Ja, dich habe ich auf dem Kieker, weil ich den anderen nicht mehr sehe. Tut mir leid. Was mir gar nicht leid tut, hier ist auch noch eine Palette. Naja, komm. Ich werfe jetzt da mal eine Flasche hin. Da eine Flasche. Und dann machen wir die Palette mal kaputt. Ich weiß, wo du hin willst. Ich weiß nur nicht, ob du da auch hingegangen bist. Ne, du bist da nicht hingegangen. Ah, clever. Und ich sehe keine Kratzspuren, okay? Dann kann ich den erstmal wieder kaputt machen. Was saß da gerade an? Ich höre es immer noch, aber ich sehe nichts. War aber keiner mehr dran jetzt in der Zwischenzeit, oder? Ne. Aber die fixieren sich... Ah, da hinten sehe ich jemanden. Die fixieren sich so sehr. Ich sehe selber nichts. Das ist ja scheiße. Da ist er doch. Da war er gerade. Das war aber J-Key-Line. Tut mir leid. Dass ich dich jetzt schon wieder... Ah, ja, ja, ja. Er ist runtergesprungen, okay? Okay. Ja, springst du noch mal? Springst du noch mal? Ja, das war mir klar. Ja, das ist auch... War jetzt eigentlich doof von mir. Okay, die Meck will, dass ich hinter ihr hergehe. Denen gefallen tue ich aber nicht, weil ich muss mal gucken, wo die anderen Generatoren sind. Da ist noch einer, der gemacht werden will. Ja, die Meck, die ist... Keine Ahnung. Die hat einen Sprintboost und alles drin, so wie das aussieht. Der ist aber noch nicht gemacht worden. Dann... Ja, wenn er mir so die ganze Zeit vor der Nase rumtanzt, ne? Da können ja auch nichts machen, Leute. Aber könnte gerne machen. Sie ist auch verletzt, sehe ich gerade, okay. Warum hat die sich noch nicht geheilt? Mist, ist hier keine Kratzspuren! Jetzt habe ich sie wirklich ganz blöd verloren. Das muss ich zugeben. Aber es ist auch unheimlich schwer, irgendwie als Killer zu spielen, finde ich. Also in erster Linie durch dieses, ja, ich sag mal, Starre und... Ah ja, jetzt hat er angefangen, hier dran zu arbeiten. Okay. 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 Da hinten. Ich will ihm jetzt nicht komplett um das Haus rum folgen. Ich finde ihn wahrscheinlich sowieso nicht. Also ich muss schon ein bisschen gucken, dass die Generatoren halt eben... Ah, da war wieder einer dran. Ja. Genau. Das meine ich nämlich. Hätte ich auch nicht gedacht, aber kann ja alles sein. So, warten wir hier mal. Gucken, ob jetzt wieder einer rangeht. Ja, das Mal war noch keiner dran. Haben sich noch nicht getraut wegen dem Terrorradius. Irgendwo hier in der Umgebung sind sie am lauern. Sie wollen unbedingt... Ah, hinten habe ich ihn gesehen. Ja. Ich habe dich gesehen, Jakey-Line. Ah, fuck. Er mich nicht, aber ich war zu langsam. Ich kann dich doch trotzdem sehen, Jake. also was soll der Quatsch? Aha. Aha, ich komme hier nicht raus, scheiße. Ah, das ist eine scheiß Umgebung. Okay, dann gehe ich mal zum Generator, weil der soll mich ablenken. Ah, oder auch nicht. Soll er mich ablenken, weil die einen anderen Generator macht. Verstehe. Die Frage ist nur, welcher von denen noch gemacht werden muss. Ich vermute, das sind die Generatoren, die noch diesen Stängel da oben drauf haben. Dass die noch gemacht werden müssen. Aber davon sehe ich jetzt keinen mehr. Ich sehe nur den einen, hä? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber der ist auch nicht mehr gemacht worden, ja. Oben, der hat keinen Stängel dran. Ich habe ihn gehört, ich habe ihn gehört. Ich habe echt keine Ahnung, wo. Da habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen, mein Freund. Das heißt, du bist nicht mein Freund, weil du bist einfach nur doof. Versuch es mich auszutricksen, wo ich das erste Mal mit diesem Killer spiele. Aha, geht da hoch? Okay. Moment. Ist der schon komplett gemacht? Nein, der ist ja nicht komplett gemacht. Ja, jetzt hat der mich hier aber auf eine Spur gebracht. Ja, ja. Okay. Das ist okay, wenn du runterspringst. Ich weiß nämlich jetzt, dass hier einer am Djem am Arbeiten ist. Oh, die Frage ist nur, wo derjenige ist. Hier im Dekau nicht. Wahrscheinlich rausgegangen. Oder läuft jetzt immer im Kreis? Ich glaube, wenn nicht, dass einer so doof ist und sich darin versteckt, aber... Ah, ich glaube, jetzt gehen sie noch mal auf den auf die Straße, oder? Ich weiß es nicht. Ah, die halten mich ja schon ganz schön auf Trab. Eigentlich sollte es andersrum sein, ne? Auf den auf die Straße. Das war aber auch ein ganz tolles Deutsch gerade. Ja, ich schätze, ich sollte dieses Video, nachdem das andere, also das andere, was ich leider nicht aufgenommen habe, aber das von eben, ja, ich wusste es, so gut gelaufen ist, ähm, ja, sollte ich das vielleicht mal einreichen, nach dem Motto, was habe ich falsch gemacht? Hier ist keine Kratzspur, aber ich sehe auch sonst keine Kratzspur mehr. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Dafür ist der Anreiz wahrscheinlich wieder runter, oder? Die haben sich jetzt wirklich aufgesplittet. Da ist immer einer dran, sobald ich weg bin. Ich will wissen, wo die sind. Der jetzt hat den Nehmen, oder was? Er hat sich doch gar nicht geheilt zwischendurch. Was ist das denn? Jetzt geht das wieder los. Jetzt sehe ich den selber nicht mehr. Aha, wie geil. Komm, werf doch mal die Palette um. Mann. Scheiße. Hier ist die Falte. Ähm, ja, ich habe zurückgezuckt, aber ist okay. Okay, er ist auf jeden Fall nach links gelaufen. Das habe ich gesehen. Ah, komm. Ich muss dich jetzt leider ein bisschen tunneln, weil ich sonst leider niemanden sehe. Oh. Geh durch, Mann. Wie lahmarschig ist der? Er wird auf jeden Fall hier zu der Tür, so wie es aussieht. Ah, ist schon drüben. Ich komme nicht mal so schnell dahin. Mist. Ist die Tür dann schon auf? O doch die andere Tür ist offen. Okay, verstehe. So schnell bin ich aber leider nicht als Killer. Also würde ich das jetzt auch nicht mehr schaffen. Ah, er läuft noch mal raus. Was ist das denn für ein Quatsch? Nee, das ist die andere. Tschö. Er wird jetzt wahrscheinlich die andere Tür nehmen. Das kann aber auch sein. Also jetzt hinter meinem Rücken versuche da nochmal hinzulaufen. Na, Sekt oder Seltas. Also ich gehe mal zur anderen Tür. Das wird er wahrscheinlich sehen und dann dementsprechend durch die erste Tür laufen, nehme ich mal an. Oh, nee, doch nicht. Ich würde mich jetzt nicht versuchen auszutricksen, Junge. Na, läuft er jetzt durch die Tür oder läuft er jetzt durch die andere? Ich sehe keine Kratzspuren. Na, waren das nicht gerade Kratzspuren? Nein, das ist hier überall rot. Das ist doch Mist. Ist der jetzt hier in der Tür? Ich denke mal eher, dass er zu anderen ist, oder? Ah, er wird jetzt die Tür aber aufkriegen. Da bin ich nicht schnell genug wieder zurück. Nee, nee. Oder er läuft halt durch die eine Tür durch. Das kann doch nicht aussehen. Äh, geht zur anderen. Okay. Jetzt hätte ich nochmal gucken sollen, ob ich noch irgendeine Paletten finde, aber... Aufgeberbonus? Was für ein Aufgeber? Ich habe meine Daily auf jeden Fall geschafft. Ich hatte vorhin schon drei von vier. Es war ein unheimlich geiles Match. Ich habe drei aufgehangen, einer ist entkommen. Aber, äh, ja, dummerweise hatte ich nur drei im Nebel getroffen. Ich habe ein bisschen zu spät an die Daily gedacht. Aber ich habe jetzt unheimlich wenig Punkte gemacht, sehe ich gerade. Aber 64.000 Blutpunkte quasi für zwei Matches, das ist schon geil. Oh, nee. Ich habe doch recht gut Blutpunkte gemacht. Also, für meine Verhältnisse, weil ich bin ja nun mal nicht der beste Killer. Das weiß ich. Die Pips sind mir auch egal. Ich mache das ja nur wegen den Dailies momentan. Und muss sagen, gar nicht so schlecht. Ernsthaft? Der hat disconnected? Dein Ernst? Das ist wirklich nicht dein Ernst, oder? Oder war das der vom Anfang? Moment, einer von den beiden hier, ist die Mech gewesen. Ich vermute mal, das hier war die Mech. Obwohl, die hat sich auch nicht gehalten, komischerweise. Hat im Nehmen. So, bei denen kann man es, glaube ich, nicht sehen, weil der Disconnect... Nee, der ist gestorben. Hä? Da sind ja gar keine Perks drin. Das kann nicht sein, oder? Adrenalin, Sprintbus, Selbstpflege. Nee, das hier müsste eigentlich die Mech sein. Dann ist der andere wohl doch noch entkommen. Aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass einer disconnected hat. Also ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt hier auf der Seite des Killers bin, was ich ja ohnehin sehr ungerne bin, aber echt mal ein Appell an die Loser da draußen, die disconnecten. Und ja, ich weiß, es sind meistens die Prestigespieler. Ich verstehe auch absolut nicht, dass der schlechteste, oder nee, der beste Rang von den Spielern, die jetzt dabei waren, Rang 17 ist. Ich meine, das erreicht man ja nach kürzester Zeit, wenn man halbwegs gut spielt. Und derjenige, ich habe da am Anfang noch geachtet, Prestige 2 hat. Also keine Ahnung, wie derjenige das gemacht hat und dann so einen sauschlechten Rang noch mit dabei hatte. Ich weiß es nicht. Aber sorry, wirklich ein Appell an alle Loser da draußen. Entweder vergisst das endlich mit dem Disconnecten oder spielt einfach ein anderes Spiel. So Minecraft oder so. Da habt ihr weniger Probleme mit sowas. Bis dann. Ciao.